Hallo, mein Name ist Jim Panso und heute beschäftigen wir uns einmal mit der Frage, was man in PlanetSight 2 überhaupt von Anfang an machen kann und wie sich das Ganze anfühlt, wenn man sich in das Spiel eingeloggt hat. Das, was ihr gerade seht, ist im Prinzip das, was genau passiert ist, wenn ihr euch das allererste Mal in PlanetSight 2 eingeloggt habt. Ihr seid hier in so einer Art Alkoven, dass man vielleicht noch von den Borg aus Star Trek kennen sollte, wenn man denn Star Trek geguckt hat. Hier kann man sich rausbewegen und das allererste, was ich euch empfehlen würde, ist einfach erstmal Escape zu drücken, um in diese Settings hier zu kommen. So, und normalerweise startet hier auf diesem Teil hier, wo ihr schon den Rang und die Leaderboards und bla 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 und den ganzen Scheiß angucken könnt, die uns hier erstmal nicht interessieren. Ich empfehle euch einmal hier unten dieses Menü aufzurufen bzw. euch anzuschauen. Das hier ist, wie gesagt, euer eigenes Profil über mit Stats und allen möglichen anderen Crimscrums, der mich jetzt persönlich nicht wirklich interessiert. Dann der zweite Reiter ist die Karte. Das ist im Prinzip das wichtigste Merkmal für euch, um euch woanders hin zu teleportieren, direkt ins Spielgeschehen mit reinzubringen, zu eurem Squad zu beamen und alles andere zu machen. Das geht normalerweise so, dass ihr erstmal natürlich hier die Karte zoomen und scrollen könnt, ganz klar, um sich das anzuschauen. Und dieser kleine blinkende Kollege hier, dieser Pfeil, das seid ihr. Dieser Kollege seid immer ihr. Und wenn ihr auf der Karte nachher so kleine grüne Punkte seht, also grüne Umrandungen mit Ziffern drin, das sind Leute aus eurem Squad, und dann gibt es noch welche, die sind lila, meine ich, bzw. so ein bisschen ins Pink gehende. Das müssten dann eigentlich Leute aus eurem Outfit sein. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, denn ich erzähle euch das jetzt nur aus meinem Wissensstand. Ich bin hier nicht der Obercrack. Das heißt, ich habe nicht die Riesenahnung von Planet Side 2. Ich gebe jetzt hier einfach nur mal so ein paar kleine Hinweise, was man anfangs im Spiel machen kann. Ja, also für nichts anderes ist das gedacht. Also für alle von euch interessant, die jetzt hier Planet Side 2 mit uns, mit mir, mit Commander Krieger demnächst mitzocken möchten. So, ihr seht hier oben den Knopf Redeploy. Dadurch könnt ihr euch neu abwerfen lassen. Das ist beispielsweise interessant, wenn ihr, sagen wir mal, hier seid, ja, da geht nichts ab und der gesamte Kampf findet ungefähr hier so in dieser Region statt. Dann könnt ihr euch redeployen oder ihr könnt auf Instant Action klicken. Das mache ich jetzt mal. Da läuft hier oben so ein Countdown. Das breche ich jetzt nochmal ab. Nein, ich spreche es nicht ab. Cancel. Genau so. Ja. Wenn ihr auf Instant Action klickt, dann werdet ihr per Random irgendwo hingebeamt, wo gerade richtig was abgeht. Also wo ihr Team gerade hier angreift oder, ja, angegriffen wird. Das ist im Prinzip ein wichtiger Knopf, wenn man auch mal alleine spielen will. Wenn ihr in einem Squad drin seid, da kommen wir gleich noch drauf zu. Wenn ihr in einem Squad drin seid, also wenn ihr in einem Squad seid, ist hier drüber noch ein grüner Knopf. Ähm, da könnt ihr euch dann zu eurem Squad beamen lassen beziehungsweise euch da mit so einem Dropport abwerfen lassen. Das ist im Prinzip die einfachste Möglichkeit, wenn ihr dann im CP Swarm Outfit seid und euch da in Squads organisiert habt, dass ihr zu eurem Squad gebracht werdet. Das Ding hat aber einen Cooldown. Das heißt nicht, wenn ihr jedes Mal sterbt, könnt ihr da dann automatisch euch wieder abwerfen lassen. Das ist nur dafür gedacht, dass man sich alle, ich weiß gar nicht, 3, 4, 10 Minuten, ich habe keine Ahnung, wie lange der Cooldown dauert, ähm, sich da halt auch abwerfen lassen kann. Ansonsten kann man natürlich immer da spawnen, wo es gerade geht. Das gehe ich gleich hoffentlich noch kurz drauf ein. Der Rest ist jetzt erstmal für mich nicht so wichtig mit den ganzen Ressourcen und so, wann ihr welche Punkte bekommt. Das ist für mich auch eher gesagt zum Spielen unerheblich. Der nächste Reiter ist, äh, im Prinzip, wie ihr schon seht, die verschiedenen Klassen, in der, ähm, in denen man, ja, die verschiedenen Waffen und die verschiedenen Aufsätze etc. wählen kann. Ich spiele hauptsächlich den Engineer. Der hat ein Reparaturwerkzeug. Der hat, ähm, hier dieses Beamer VS3, das ist die Sekundärwaffe und diese, äh, äh, Solstice, Solstice, VE3, da habe ich schon mir ein, ein Visier zugekauft und man kann hier unten über diesen Knopf Engineer Search, da gehe ich gleich drauf ein, äh, seine Person, also sprich, äh, Attachments und Zubehör und Add-ons für den eigentlichen, äh, Soldaten dazu kaufen, beziehungsweise sich für, äh, erspielte Zertpunkte kaufen. Wenn man sich jetzt Upgrades für die Waffen kaufen möchte, mache ich das beispielsweise so, dass ich hier einfach nur auf die Waffe draufklicke und dann sieht man hier unten, was es für, was es für Attachments hier halt gibt, beziehungsweise, das stimmt gar nicht, was es jetzt hier für verschiedene Waffen gibt, die kann man nachher im, äh, Warpgate, wo wir uns jetzt ja auch aufhalten, ähm, im VR-Trainingraum einfach mal ausprobieren, ohne sie zu kaufen, ja, ist also ein Riesenvorteil, um einfach mal ein bisschen rumzuballern, um zu gucken, ob das hier eine Waffe ist, mit der man was machen will. Und das Zweite, man kann natürlich hier noch Attachments dran knallen, ähm, hier Optik, Barrel, Rail, Ammo, Ammo gibt's jetzt für diese Waffe hier nicht, die gibt's nur, glaub ich, für die LMGs und, äh, Camo. Camo sind einfach nur hier irgendwelche Upgrades, äh, bezüglich der Waffe, also sprich, einfach nur eine Waffentarnung mit da mit dran. Optik habe ich mir hier freigeschaltet, dieses, äh, VHO Reflex, das hat so eine leichte Vergrößerung, habt ihr in meinen Videos ja schon gesehen, ähm, das sieht dann in etwa so aus, leichte Vergrößerung und ein recht cooles Visier, äh, das nicht viel Platz wegnimmt, die anderen fand ich jetzt irgendwie ungeil. So, klicke hier nochmal drauf, ähm, was so die anderen Sachen angeht, Flash-Suppressor kennt man auch von Battlefield 3, es unterdrückt das Mündungsfeuer, ist, wenn man nachts unterwegs ist, vielleicht interessant, ich hab mich da ansonsten noch nicht großartig mit auseinandergesetzt und der Suppressor, klar, der, äh, unterdrückt natürlich das Geräusch und da müsstet ihr eigentlich auf der Minimap nicht auftauchen, wenn ihr ballert. So, äh, die anderen Dinger, wie gesagt, ne, Flashlight dürfte klar sein, Foregrip auch klar sein und, äh, Laser-Side, also sprich, das wird höchstwahrscheinlich das Aiming aus dem, aus der Hüfte irgendwie verbessert. Ich brauche, will jetzt ja auch gar nicht ins Detail irgendwie gehen, nur hier kann man sich dann Sachen kaufen, an die Waffe dran packen und dann müsstet ihr euch auch an einer Konsole, äh, neu equipen, heißt das Ganze, damit das, äh, direkt mit dran ist, ansonsten kommt das erst dann, wenn ihr beim nächsten Mal sterben solltet. So, äh, Infiltrator ist die Einheit, um, äh, sich unsichtbar zu machen, das ist so eine kleine, äh, Fähigkeit von dem Ding, der kann sich, äh, für einen bestimmten Zeitraum, kurzen Zeitraum unsichtbar machen und kann dann halt infiltrieren, ist auch die Sniper, äh, Variante, beziehungsweise das ist euer Sniper. Der Light Assault, äh, hat ein Jetpack, der kann für einen kurzen Moment, ähm, ja, Sprünge aus großer Höhe abfedern, beziehungsweise sich auf kleine, äh, Objekte und Gegenstände, also beispielsweise über Mauern oder auf, äh, ja, in, 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 durch Fenster im ersten, zweiten Stock irgendwie eindringen, auch ganz, ganz praktisch, aber der Light Assault finde ich, äh, Light ist, äh, wirklich da auch, der Name ist der Programm. Combat Medic ist natürlich der ganz normale Medic, extrem wichtig und wurde von uns in dem, äh, Community Gameplay auch stark gespielt von euch, also wir wurden ja revived ohne Ende, das hat mir richtig gut gefallen. Daumen hoch, hat euch eine Menge Punkte gebracht und uns natürlich auch in gewissen Situationen da den Sieg, ganz klar. Der Engineer kann Munition droppen und, ähm, kann Fahrzeuge reparieren, extrem wichtig, kann auch sehr viele Punkte machen, wenn man an der richtigen Situation und an der richtigen Positionen, äh, Munition droppt und als einziger Engineer beispielsweise da ist, da rasseln die Punkte nur so durch. Heavy Assault, die einzige Einheit, die richtig was gegen, ähm, äh, Fahrzeuge und Tanks ausrichten kann, der hat nämlich einen Raketenwerfer mit dabei. Sehr geile Einheit, ähm, spiele ich auch sehr gerne, muss ich noch up-leveln, ich habe mich hier noch gar nicht drum gekümmert. Und die Max-Unit, man kann nicht als Max-Unit spawnen, man muss als normale Unit spawnen und geht dann an eine Waffenkonsole und kann sich zu einer Max-Unit machen. Das ist im Prinzip natürlich auch eine Einheit, die was gegen Fahrzeuge machen kann, je nach Bewaffnung, die sie hier mit dran hat, das ist sozusagen die stärkste Einheit, die kann wiederum von dem Engineer repariert werden. Ist extrem wichtig, wenn man, äh, direkt an der Front ist, dass man als, äh, als Max-Unit noch ein paar Engineers um sich rum hat oder zumindest einen, der einen dann aus der Decke raus am besten direkt reparieren kann. Wie gesagt, auch hier könnt ihr wieder die Upgrades machen. Ich gehe jetzt mal hier absichtlich in meinen, äh, in meinen Engineer mit rein und gehe hier unten auf den Knopf Engineer Asserts. Hier könnt ihr zusätzliche, äh, Zertpunkte, die ihr verdient habt, das sind diese drei, diese Kollegen in diesem Reiter hier, ähm, darauf anwenden, Sachen zu upgraden. Also das Medical Kit kann beispielsweise hier für günstige 50 Serts eingekauft worden werden, der Tool Slot, da kann, äh, der, äh, der Nano Armor, äh, weiter upgegradet werden und das kostet hier im ersten, äh, glaube ich, sogar nur einen Zertpunkt. Deshalb habe ich das hier direkt gekauft, ja. Das heißt hier, nano, blablabla, quickly repress friendly unit vehicles. Geht also alles etwas schneller. Ich will da jetzt auch nicht direkt drauf eingehen. So, dann hier, Ammunition Package, ne, auch dieses Ding hat erstmal, soweit ich mich erinnere, nur einen Zertpunkt gekostet, ja. Das bringt euch ein bisschen weiter und, ähm, macht absolut Sinn, sobald ihr die ersten Punkte habt, dass ihr hier in diesem Menü da die ersten Punkte auch ausgebt, weil, wie gesagt, ihr seid dann einen kleinen Schritt weiter, beziehungsweise habt eure Figur ein klein bisschen aufgewertet im Vergleich zu anderen Spielern, die gerade erst angefangen haben. Ähm, wir können vielleicht später nochmal darauf eingehen, in welche Richtung es am meisten Sinn macht, nach der Aussage von ein paar, äh, extrem, äh, erfahreneren Spielern. Da bin ich selber auch nicht drin. Also, was am Anfang meistens Sinn macht. So, ähm, dieses Teil, äh, kann ich mir natürlich absolut nicht leisten, weil es hier diese 1000 Zertpunkte oder 700 Station Cash kostet. Station Cash ist die Währung, die man einmal im Monat, äh, bekommt, wenn man, äh, Geld für seinen Account ausgibt. Also, echt Geld. Habe ich nie gemacht, habe ich auch nicht vor. Äh, ist zwar eine lustige Sache, wenn man das Spiel permanent spielt, also regelmäßig spielt. Aber dann muss einem klar sein, äh, dass das Spiel halt, äh, monatlich auch ein bisschen Kohle kostet. Ich mach's, wie gesagt, erstmal nicht. So, der, äh, Suit-Slot, ne, auch klar, seht ihr hier auch. Habe ich auch die ersten Zertpunkte schon ausgegeben, weil sie hier stets ja auch gerade nur einen Zertpunkt gekostet haben. Also, der Avant Shield Capacitator klar reduziert dann halt so ein bisschen die Damage, die man, äh, die man nimmt. Also, die Schilde, die man, die man hat, die persönlichen Schilde kann man hier auch aufwerten. Aber wie ihr seht, es kostet mal eben 500 Dings, äh, das, äh, Zertpunkte das oberste zu machen. Genauso wie der Ammunition Build, Flak Armor, hier diese, äh, Grenade Bandolier, ne, kostet mal eben 100 Zertpunkte, die ich jetzt ja zwar hätte, aber ich weiß nicht, ob das jetzt für mich Sinn macht, weil ich werde nicht so häufig von einer Granate getötet. Das sind ja meistens die normalen Dinger. Nano-Weave Armor, um einfach ein bisschen mehr Armor zu haben. Wenn ich irgendwas falsch sage, also falsch interpretiere, wie gesagt, ich bin ja nicht der erfahrenste Spieler. Hier kann man Sachen aufwerten. Das ist im Prinzip nur meine eine, äh, meine einzige Intention, die man hier machen kann. In dieser Rubrik, in diesem Slot geht das Ganze. Das Gleiche gibt es natürlich auch für die ganzen Fahrzeuge, die es für jede Fraktion gibt. Da habe ich mir noch, äh, gar nichts gemacht. Und, äh, was wichtig ist, die Sundera, das sind ja die Kollegen, also das sind ja diese A-Team-Fahrzeuge, nenne ich jetzt einfach mal die, ähm, wie soll ich sagen, die, äh, in das feindliche Gebiet vordringen und sich dann deployen. Also so aufstellen, dass wir dann alle da spawnen können. Also ein mobiler Spawnpunkt sozusagen. Das A-Team-Fahrzeug zum Drin-Spawnen. Ähm, das geht natürlich nur, wenn man hier, ich weiß gar nicht, wie es jetzt gerade heißt, äh, ist es dieses Teil, blablabla, ja, so gut kenne ich mich mit dem Ding aus hier. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ja gut, Defense wird es nicht sein, Sekunde-Performance wird es auch nicht sein und das, ah, das Horn, das fand ich ja so cool. Das hörte sich richtig geil an, aber kostet natürlich ein Schweinegeld, nur damit man so eine, so eine, so eine Hupe hat. So, ich sage jetzt einfach mal, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dass man dieses, äh, Thunder Advanced Mobile Station haben will. Ja, genau, das ist das. Ähm, wenn man das hier an den Sundra equippt, also ausrüstet, ähm, mit sich nimmt, dann kann man den Sundra, wenn man ihn aufgestellt hat, als mobilen Spawnpunkt benutzen. Ist extrem sinnvoll. Wenn man als Erster vor Ort ist, beispielsweise, wenn wir sagen, wir greifen bei XY an, ihr fahrt dahin, ihr könnt euch aufstellen, dann spawnen zukünftig sehr viele Leute bei euch. Da rauschen eure Punkte bei euch so nur so durch. Sind nicht so viele. Lohnt sich eigentlich nur auf Masse. Nachteil, man kann nicht fünf Sundra nebeneinander stellen. Also man hat da eine Art, so eine Art Gebietsschutz und das macht natürlich auch absolut Sinn, dass, äh, nicht irgendwie zehn Dinge nebeneinander stehen. Da hat keiner was davon. Es, man kann natürlich den Sundra dann hinter das Objekt fahren, also beispielsweise hinter die Festung oder hinter die, äh, keine Ahnung, das Biolab oder sowas fahren an der anderen Seite und da dann einen mobilen Spawnpunkt aufstellen. Die dürfen halt nur nicht so dicht aneinander stehen. So, bei den anderen Fahrzeugen, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Das sind, wie gesagt, die Panzer. Das hier ist dieser Hovercraft oder schwebende Panzer, ne? Das ist das, äh, das ist der Abfangjäger. Das ist im Prinzip unser mobile Bomber. Auch sehr geil. Und die geile, fette Galaxy, bei der ich mich auch ein bisschen schwer tue, sie zu fliegen. Die kann man alle, wenn man sie, äh, sich hier darauf spezialisieren will, noch mit Utilities, mit Waffen, mit Defense und so weiter auffüllen und ausrüsten. Das macht extrem Sinn. So, dieser nächste Reiter ist der Social Reiter. Ja, ähm, hier gibt's das Squat, in das man sich dann beispielsweise, äh, einloggen kann oder ein neues, äh, erstellen kann, ja? Hier gibt's das Outfit, in dem wir uns befinden. Da ist auch gerade einer von unserem Outfit online. Es ist jetzt gerade kurz nach sieben morgens. Ich konnte nicht schlafen, deshalb mach ich dieses Ding für euch eben fertig. Hier gibt's die Freundesliste, äh, ist auch nicht gerade, äh, wenig. Voice und Chat benutze ich jetzt erstmal so gar nicht, beziehungsweise hab da jetzt auch im, im Kampf gar nicht drauf achten können, weil so viel unterwegs war. Hier die Notifications. Das sind noch die ganzen Freunde, die ich jetzt erstmal einladen muss. Ja, das ist also meine gleiche, meine morgendliche, äh, Aufgabe hier. Das geht ja relativ schnell. Man kann's leider nicht automatisch machen, dass einem hier alle möglichen Leute sofort reinflitzen. Das ist so das Ding, was ich jetzt den ganzen Tag für mich so zu tun hab. Und die müsste ich dann über meinen, über meinen Freunde-Reiter dann auch hier, ich such mal, direkt in das Outfit einladen. So, das macht natürlich nur Sinn, wenn die Leute gerade online sind, weil sonst sehen sie diese Einladung nicht. Und diese Einladung verfällt auch nach ein paar Minuten, dass sie nicht permanent aufrecht erhalten bleibt. Warum die das nicht, äh, permanent gemacht haben, weiß ich nicht. Aber es macht jetzt keinen Sinn, die Leute einzuladen, die offline sind. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Also, ich muss jetzt hier noch die ganzen Leute einladen. Auf den nächsten Reiter können wir ja dann morgen eingeben. Okay, es waren jetzt noch nicht so viele. So, hier kann man natürlich innerhalb des Spiels auch Videos aufnehmen oder auch direkt zu Twitch streamen. Hat für mich so nicht gut funktioniert. Mit Twitch muss ich nochmal ausprobieren, für mich auf meinem, äh, Test-Account, ob das Sinn macht. Allerdings sieht das Spiel bei mir schon so viel Performance, dass ich noch eine ordentliche, äh, Frame-Rate habe, aber nicht so viel, dass ich hier noch gleichzeitig streamen könnte. Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, ich probiere das nochmal aus. Wäre interessant. Hier kann man, äh, einstellen, mit was für einer Aufruhrlösung oder was für einer, äh, Recording-Geschichte man die Videos direkt aus dem Spiel erstellt. Ähm, das landet dann bei euch unter eigene Dateien Videos. Nur falls ihr das mal suchen solltet. Ich persönlich bin kein großer Freund davon, meine YouTube-Zugangsdaten hier einzutragen. Werde ich also auch nicht machen. Aber es geht. Nächster Reiter sind die Zertpunkte. Hier kann man auch wiederum direkt zu, äh, den jeweiligen, ähm, ja, Einheiten gehen, um da dann halt Kohle auszugeben. Das, was wir vorhin schon gesehen haben. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Hier seht ihr im Prinzip nur in der Übersicht, wie viele Zertpunkte ihr schon verdient habt. Das geht, wenn wir in der Gruppe kämpfen, relativ schnell. Ähm, wenn ihr beispielsweise Squadleader seid, macht es absolut Sinn, euch, äh, diese, äh, Squadleader, äh, Lampe zu holen. Also sprich, das, äh, Ding, ich komm grad nicht drauf. Ich weiß jetzt grad nicht, wie, welches Ding das hier ist, aber ich bin auch kein Squadleader. Spielt auch jetzt keine Rolle. Genau, den Spawnbiegen, da können dann nämlich Leute direkt, wenn ihr das Ding aufgestellt habt, da spawnen. Kennt ihr vielleicht schon aus Call of Duty. So ähnlich ist das auch. Nur halt eben, dass euer komplette Squad da spawnen kann. Und der letzte Reiter, für mich der uninteressanteste. Hier kann man nämlich dann im Prinzip die, äh, Kohle aufladen. Also sprich, außerhalb des Teils was kaufen, sich Bundles holen, etc. Brauche ich jetzt so für mich nicht, weil soweit ich das gesehen habe, kann man hier nur mit Station Cash einkaufen und nicht den Ingame-Währungen Zertpunkte. Das ist nur für die interessant, die da Kohle ausgegeben haben. Hier gibt's dann aber auch so interessante Sachen wie Boosts. Das heißt, wenn ihr euch doch später, äh, entscheiden solltet, da mal Geld für den Account auszugeben für einen Monat, zwei Monate, sechs Monate oder ein ganzes Jahr, ähm, da kriegt ihr nämlich die meisten Rabatte drauf, dann könnt ihr auch hier Boosts mit reinhauen. Das bedeutet, dass ihr mehr XP bekommt, dass ihr für den Tag über mehr XP bekommt oder halt, äh, Ressourcenboost habt. Denn das Spawnen selber, wir gehen jetzt hier mal an eine Konsole. Ich wollte das Video eigentlich gar nicht so lange machen. Das hier ist eine Waffenkonsole. Hier unten seht ihr, wie viel, äh, wie viel Ressourcenpunkte ihr gerade für Luftfahrzeuge, äh, Fahrzeuge am Boden oder für Infanterie habt. 750, 750 ist also voll aufgeladen. Diese Ressourcenpunkte kriegt ihr, äh, aufgerüstet oder beziehungsweise immer dazu, je mehr, äh, Gebiet ihr hier einnehmt. Und, äh, hier gibt's natürlich Sachen, die wichtiger sind als andere Sachen, die wiederum dann dafür sorgen, dass ihr gewisse Ressourcen mehr bekommt als andere. Und wenn ihr dann in dieser Konsole seid und euch hier schnell Fahrzeuge rauszieht, also jetzt hier ist eine Waffenkonsole, hier geht das nicht, aber draußen gibt's halt Fahrzeugkonsolen und holt euch dann halt Fahrzeuge da raus, dann kosten die natürlich hier diese Punkte. Diese hier, die untere, ja, ganz klar. So, das nächste und letzte, worauf ich jetzt hier in diesem Video noch eingehe, ist diese Konsole mit dem runden Ball, also sprich diese Planetenkonsole. Wir befinden uns jetzt ja hier auf der, wir sind hier auf diesem Map-Ordner, auf dem, äh, auf dem Kontinent Indar. Es gibt allerdings auf jeder, auf jedem Server drei Kontinente, Amorish, Asamir und Indar. Wenn ich an diese Konsole gehe, dann kann ich mich einmal zu diesen anderen, äh, zu diesen anderen Kontinenten transportieren lassen, warpen. Wenn die Server da allerdings relativ voll sind, steckt ihr lange in der Warteschlange, das dauert teilweise wirklich mal sehr lange, werdet ihr ja gesehen haben. Oder hier unten gibt's noch VR-Training, da bringe ich uns mal eben hin. Das hier ist die Trainingsumgebung, ja. Hier kann man an den Konsolen, das sieht alles hier so ein bisschen Raumschiff-Enterprise-mäßig aus, hier kann man einfach die Waffen, die man hat, ausprobieren, ja, und einfach mal so gucken, wie die ganzen Dinger funktionieren. Oder sich an dieser Waffenkonsole einfach, ähm, eine andere Waffe aussuchen, wie beispielsweise, holen wir uns jetzt mal, keine Ahnung, ist ja auch im Prinzip scheißegal, nur dass man's gesehen hat, jetzt spinnt gerade mein Mausrad, ja, super, dieses Teil. So, jetzt klicke ich auf Resupply, jetzt habe ich diese andere Waffe, auch ohne irgendein Attachment mit dabei. Ja, und jetzt kann ich mit dem Ding hier so ein bisschen rumreißen und ein bisschen rumlaufen und für mich entscheiden, ob das das Ding ist, worauf ich's abgesehen habe. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sich die Waffen unterscheiden, ja, das war mir jetzt persönlich relativ egal, aber die Waffen kosten auch ein Schweinegeld, wie man hier schön sieht, wenn ich mir die Waffen angucke, 700 Station Cache oder 1000 Zertpunkte, daran muss man auch mal erstmal ein bisschen sparen. Heißt, in dieser Umgebung kann man hier erstmal ausprobieren, zum Beispiel hier diese optischen Dinger, die es jetzt hier für diese Waffe gibt, zum Beispiel dieses Reflexside oder dieses Nachtvisier. Ja, das habe ich jetzt hier dran gemacht, jetzt klicke ich auf Resupply, dann seht ihr schon, ist dieses Ding mit da dran und hier kann ich dann halt schön ausprobieren bzw. die ganzen Attachments testen. So, wenn ich hier wieder raus will, auch ganz klar, entweder gehe ich hier wieder direkt zu der Konsole, ich meine, man lockt sich nicht aus, ich glaube, beim nächsten Mal spawnen ist man direkt auch wieder hier, geht ihr wieder an die Konsole und lasst euch hier beispielsweise zu dem Kontinent Inder transportieren. Und ich hoffe, dann landet man nicht lange in einer Warteschlange. So, das war's für dieses Einstiegsvideo. Das sind so die ersten Einstellungen, die ich vornehmen würde, wenn man erstmal ein bisschen gespielt hat. Ich würde euch empfehlen, eure Keybindings, also eure Einstellungen hier in den Settings unten rechts als zweites bzw. erstes so ein bisschen anzupassen nach euren Einstellungen. Ich habe das hier so ein bisschen auf mein Battlefield-Zeug eingereichtet, um da so ein bisschen auf Tuchfüllung zu gehen. Das Flugverhalten von Fahrzeugen ist ein bisschen anders, also von Flugzeugen ist ein bisschen anders, als man das kennt, weil das halt relativ moderne Düsenjets sein sollen. Das Fahrzeugverhalten von Panzern ist ein bisschen anders, als man das aus Battlefield kennt, aber natürlich auch ähnlich. Passt hier auf, dass ihr Leute nicht überfahrt, aber das gehört jetzt hier schon gar nicht mit rein. Mehr wollte ich euch nicht zeigen. Ich habe schon viel zu viel gelabert. Auch was dieses lustige Ding hier anrichten kann, möchte ich euch jetzt hier erstmal gar nicht zeigen. Ich kann da sowieso jetzt nicht dran, weil ich es nicht aufgestellt habe. Das war's für dieses Video. Das hilft euch vielleicht, so ein bisschen besser in Planet Sight 2 reinzukommen, für alle die von euch, die da jetzt Gefallen dran gefunden haben und mit uns vielleicht in der nächsten Zeit beim nächsten Community-Event zocken wollen. Mein Name ist Jim Panse, ich bin raus und ich wünsche euch natürlich eine schöne Woche. Bis dann. Ciao und tschüss.